so und da sind wir auch schon wieder ja dann wollen wir mal gucken wie weit noch mal schon wieder eine weile her die aufnahme jetzt bis hierhin schon mal vorgespielt gehabt aber mal gucken ich hoffe man hört jetzt den player nicht zu sehr da ich jetzt endlich mein standmikrofon nutzen kann ich hoffe die tonqualität ist jetzt auch ein bisschen besser weil ich allgemein jetzt mit dem neuen pc aufnehmen bin ja mal gespannt wie lange hinterher das rendern dauert mal gucken ob wir von den stunden weg kommen da unten wollen wir jetzt mal gucken ob wir das jetzt auch mal alles auf anhiebe schaffen das mal weg da können wir noch gebrauchen hier an die wand das wird jetzt alles wieder ekelig aber ob das reicht der schon mal weg ja muss ich dann hier noch mal machen roger sind nicht ganz so nach hier oben den schalter aktiv denn ich hegel ach ja weil ich will den schalter ja ich weiß nicht ob ich das war facket ein paar ringe habe ich wieder du bist jetzt mit dem wasserfall mal gucken ich hasse roach jetzt komme ich wieder nicht durch war ja klar verdammt das war knapp jetzt habe ich mir keinen fehler mehr erlauben und ich springe daneben war ja zu erwarten jedes mal die gleiche kage vielleicht von hier schon dürfte eigentlich das war jetzt leider nur der falsche richtig ist da drüben ach ey ich hoffe mal dass ich jetzt auch nicht zu sehr übersteuere ich glaube das wird alles noch ein bisschen dauern wie sich alles so hundertprozentig gut eingestellt habe ich habe jetzt erst mal damit morgen auch wieder eine neue Folge kommt die kann man jetzt die letzten tage alle ein bisschen unregelmäßig das ist alles ein bisschen super optimal gerade ach ja ich baue wieder schnur scheiße aber ich habe auch den abschnitt hier mit roach hoffentlich reicht da die erreicht aber jetzt geht kaputt dankeschön so jetzt aber schnell zurück weg mit dir den anderen kommt den anderen pfeifen jetzt mal ja komm mal wollte ich nicht verdammte genau danke schade woher trägt aber auch nur gerade so eben jetzt wird hier alles geflutet dort ja schön ok der kern wird geflutet wer kommt jetzt knuckles gut die tür kriegen wir noch nicht auf das ist halt für eine kamera ja da komme ich aber ja schön da komme ich nicht durch und ich habe ja auch nirgendwo das ding zum für die zeit einhalten bei anhalten das heißt da ist er ich werde die verbunden wenn falsche richtung das hat aber auch nur gerade so eben gereicht wo ist jetzt hier das was aufgegangen ist da müssen wir uns ein bisschen behalten wir haben ja nicht unendlich sauerstoff und dann können wir auch nicht wirklich kämpfen ja ja komm wo ist denn hier sauerstoff da 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 das war jetzt aber knapp ist mir egal weg da da ist sauerstoff jetzt brauche ich aber diesen doofen schalter die bin ich schon mal los die tür habe ich geöffnet aber bringt mir noch nichts wenn die strömung noch da ist ne ist hier nirgendwo so ein ding zum zeit anhalten naja wenn man die zeit anhält dann würde ich hier durchkommen ach da oben gut wo ich mir nochmal sauerstoff so schalter aktiviert und dann hoffen wir mal dass ich das schaffe jetzt ob das wohl ausreichen wird wie soll er denn dann funktionieren ja luftnot ja die zeit ist wirklich wieder mal verdammt knapp abgesetzt und laufen bin ich glaube auch nicht schneller naja geht na oder ganz gut wo krieg jetzt so stoff ja ich brauche luft da unten links gut ich habe mich jetzt selber nicht gesehen so haben wir von vorne mordet ist so ätzend wenn man die ganzen sachen nicht kennt und wir haben definitiv hier nach noch ein rendezvous mit sonic and shadow kommt was macht er da schon wieder ich hasse es und dann noch so unter wasser es ist ja nicht so als wäre da mit denen allgemein schon und eigentlich genau wer gab schalter aktiviert das tor ist wieder auf komm bis hier hin geht es ja noch bis jetzt mal ich werde hier auch wieder zurück müssen so wo ist das tor und das erfährt man sich so super zurecht naja was soll's müssen wir durch bringt nichts jetzt mal wieder sauerstoff hier links alles hier bringen er bringt mir nicht allzu viel mal eben die bombe aktivieren dann haben wir vor denen zumindestens wo hier schalter aktivieren noch mal luft hier die werden wir auch ganz dringend brauchen nach jetzt kommen lauf von einem leben knuckles verdammt hier bleibt erst mal stehen müssen wir jetzt mal wissen wo ich als nächstes weiter kommen haben wir hier ich hab ich krieg die krise mit dem spiel das ist echt mein gott kamera kriegt dich wieder ein hier auch meine güte ja ist okay ich werde dann hier mal eine kurze aufnahme pause machen wir sehen uns dann gleich wenn ich wieder drüben bin mit knuckles so und da sind wir auch schon wieder mit knuckles ich krieg die krise naja diesmal haben wir nur ein leben verloren ob das jetzt so gut ist naja komm das funktioniert schon mal ganz gut ohne größere unterbrechungen da müssen wir durch halt mit dem sauerstoff ist auch so eine geschichte wenn man da nicht einfach sagt weißt du was ein bisschen mehr hätte man schon geben können naja die sind schon mal weg weil man den sauerstoff ein bisschen aufladen könnte indem man einfach mehrere sauerstoff blasen einsammelt aber das sieht ja auch keiner jetzt aber schnell laufen nach ist auch wieder noch nie so vorgelaufen ist ja das wird es nicht einmal kurz gestoppt ja ja und dann jetzt auch noch die luftnot wunderbar das wird ja jetzt wohl hoffentlich nackels vollgas jetzt das sieht schon wieder so haarscharf aus schon wieder der eine mein gott mein gott warum hat er jetzt geschlagen ich habe immer nur tauchen wollen das ist doch wieder zum mäuse melden hier falsche richtung schnell rein da ach das war sowas von klar wo ist die Türe besser noch mal auf besser ist das ach ey ich hasse dieses tauchen könnte alles so gut laufen aber nö warum denn ich weiß nicht warum ich jetzt mal erst nach links gehen erst nach rechts wäre eigentlich viel besser die bombe aktivieren sind wir die nämlich schon mal los die zwei nerven sägen weil sie wirklich nerven tun sie auch nicht ist aber auch mit der kamera einmal so ne das ist diese kamera fahrten das wird wieder nichts und jetzt hast du diesen extremen zeitdruck weil du musst schnellstmöglich nach unten hier ist ein schalter frage ist wo muss ich jetzt ach da drüben gut gut okay x all right boah jetzt han mit dem tauchen haben die ich dumm gemacht ja geil und direkt den schild wir verloren jetzt hängt er fest oder genau ganz mal ich habe eine luftblase eingesammelt oder nicht ach dann ist hier sowas von haben wir natürlich sehr angenehm gestaltet hier habe ich ein ring noch mal gekriegt hier wieder keine luftblase nicht durchgängig sporen nein sobald man da steht verschwinden die kommen sie nicht mehr und man wird wieder komplett zurückgeworfen ist doch auch totale verarsche jetzt haben wir die schon sagen die verkackte luftblase ein hätten sie einem echt mehr zeit geben können da wieder an der ecke fest wird wieder nichts das ist doch echt kage wie willst du das denn schaffen vernünftig das ist echt doof gemacht worden ich habe den doch jetzt berührt gerade fick dich spiel ernsthaft mein gott kann man bloß so eine behinderte passage kreieren das ist ja noch alles schön und gut funktioniert einwandfrei wo ist jetzt hier wieder die tür da ist alles so scheiße knapp getimt also ganz ehrlich da hätte man sich wohl ruhig ein bisschen zeit machen lassen können mittlerweile weiß ich echt nicht mehr warum ich das spiel so geliebt habe das ist doch schon wieder meine fresse war das kind irgendwie einfacher oder was ich habe keine ahnung volle kanüle nach vorne das ist doch nicht wahr luftblase aufnehmen ernsthaft ich bin da dreimal dran vorbei geschwommen ey was ist das für eine kacke du siehst durch die scheiß kamera auch nichts ach ey jetzt mach schon knuckles hatte golde nicht meine wertvolle zeit hier das ist doch echt nicht mehr auszuhalten ich will doch nur weiter kommen ist das denn so schlimm ich meine ich verstehe ja dass das vorhand sein soll aber da vertust du dich um eine sekunde und das funktioniert schon wieder alles nicht und dann die scheiße die nirgendwo irgendwie mal leben kriegst und du musst alle hintereinander am stück spielen fahrt mich jetzt schon wie wir damit sonic und shadow noch schaffen sollen jetzt schon keine leben mehr haben so knuckles jetzt gibt mal vollgas kommt schon jetzt haben wir den schönen zeitdruck weil wir keine luft mehr haben ach ist das schön aber wenigstens hat funktioniert in der mitte irgendwo ein schild das ist halt durchgängig unter wasser das ist halt so nervig hier ich habe echt keine lust mehr hier das ist doch was ist das bitteschön für eine scheiße ganz ehrlich mit den luftblasen haben die total verkackt in meinen augen jetzt haben wir endlich geschafft oder was mach schon ins den doofen schalter wollte schon sagen wenigstens müssen wir den weg nicht mehr zurückgehen woher kommen als erstes sonic kann ja schon wieder geil werden hier wo muss ich hin da lang na gut mit sonic können wir uns wenigstens wehren ja geil fick die hände ich krieg die krise bei diesem let's play alter schwede naja ihr kennt das spielchen wir sehen uns später vielen Dank also